So, vorher, totally crazy, hektisch, oh my God, und hier und da, und jetzt ist sie ganz klar, und das ist sehr gut. Die Frau braucht nur einen Kick im Arsch und Disziplin. Ich habe gerade gewagt, oder? Ja. Baby, uh, diese Apfelkuchen, köstlich. Könst du dich? Da ist sie. Sie sieht verdammt sehr gut aus, sehr gut. Ich gehe mal nach unten. Um ihr Studium zu finanzieren, jobbt Christina in diesem Schuhgeschäft. How y'all doing? Yes, ma'am. Natürlich, ja. Christina, hi, hallo. Heute will ich nur Dich haben. Dankeschön und bis bald. Ciao.